Außerdem, siehe mit den Anpass-Weltkampf von der ersten Saison, die kommenden Europa, Sani Hübner. Frau Lübner, siehe Kinder, der von der Eifern-Gerriesen, der von der S-Zwange-Weltkampf. Katharina Lierzberger, zweifach schon mit der Bühnerin bei der Fahnen-Olympics, Veronica Eigner. Wir haben ein paar Jungen, wir bedanken Ihnen wieder von BK. Willkommen wieder bei Europa, Johanne Stotz. Anna Gander. Johannes Blattwarker, der Siegblut-Festmeister 2024, Stefan Graz. Aufbrennen und zu sehen sein. Eine Kollektion, die hat zwei vergesammten Siegern. Fünfmalen und zu sehen, wir bekommen ein Applaus für Johannes Eikler. Aufbrennen und zu sehen, wir bekommen ein paar Jahre moderne Dagen. Ja, aber auch immer! Auf Wiedersehen! Welcome on stage, Abidal Carroll! Stemper, der rechte Deckard. Die Meister, vier von den gesamten Weltkampf, Sieger des Lofans, Benjamin Karl. Die Meister, der Olympusseiger, Vizepräsidentin des Lofans, wir wollen einen Applaus für Alessandro Hennerle. Außerdem, die Prostante Nina Ulricha Sperger. Kathi Huber ... ausgeführt hat, euer großer und ausgeführt hat, Dakar Das sind die ausmännischen Futschie-Aufkehr, der Esa Stadlober. Fünftbacke, Reck-Emp-Mendellier. Die vierde nordischen Kombination, Johannes Lampater. Ja, strahlt und gewendet, herrlich sicher. Und der Kind aufs Beats, Vincent Ringmeier. Stadlober – Steffen Rapp. Mit der schiebung, Steffen Gantz. Vielen Dank. Vielen Dank.